Hallo und guten Abend auf der GPN 20. Ich heiße Hilko Beng, herzlich willkommen. Ich möchte heute Abend mit uns über die Reduktion von Schmerzen sprechen, die beim Auditing und Monitoring von Systemen entsteht. Und Hilko arbeitet in einem CERT und beschäftigt sich beruflich damit, Eindringenden und Inzidenz in Systemen zu erkennen, zu monitoren und nachzuverfolgen und hat während dieser Forschung dazu ein Monitoring-System entwickelt und möchte uns das heute vorstellen. Hilko, vielen Dank, dass du da bist. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Talk und los geht's, würde ich sagen. Ja, danke für die nette Vorstellung und danke, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es auf solches Interesse stoßen würde. Ja, es geht um die Reduktion von Schmerzen beim Monitoring, aber in dieser Situation des Schmerzes muss man sich ja auch erstmal begeben haben. Wie kommt man da hin? Also man möchte gezielte Angriffe auf meistens Unternehmensnetzwerke, aber auch andere Netzwerke erkennen. Man will diese Angreifer möglichst frühzeitig erkennen, um sie dann mit geeigneten Maßnahmen wieder rauszuschmeißen und eben zu verhindern, dass die Angreifer einen Erfolg davon tragen können. In den letzten Jahren, also das ist eigentlich kein neuer Hut, das ist eigentlich ein ziemlich alter Hut, rein netzwerkbasierte Ansätze sind da eher schwierig geworden. Also früher hat man vielleicht irgendwie Bro, heute heißt es Sieg, Surikater verwendet, um verdächtigen Netzwerktraffic zu erkennen und da dann irgendwie Aktionen daraus abzuleiten, was man dann tun muss. Das ist deswegen schwieriger geworden, weil halt heute sehr viel Netzwerktraffic verschlüsselt ist. Eigentlich eine gute Sache und Angreifer machen sich das natürlich auch zu Nutze und verwenden einfach das HTTPS-Protokoll als Tunnel-Everything-Protokoll. Da hat man also als Verteidiger nicht mehr so viele gute Karten. DNS geht noch ein bisschen was, aber auch das wird schwieriger mit DNS oder HTTPS, da überhaupt noch etwas zu sehen. Also muss man den Blickwinkel ein bisschen verlagern. Man guckt sich da eher die angegriffenen, potenziell angegriffenen Systeme an, die Endpoints und versucht eben dort Events, die man auswertet, zu generieren und die dann in den Sieben zu verfrachten, dort nach Regeln setzen, auszuwerten und das möglichst zeitnah. Das, was ich auf einem Linux-System klassischerweise habe, also das, was in einem Syslog landet, ist dafür einfach viel zu wenig. Man will, ich gebe mal ein Beispiel, zum Beispiel erkennen können, wenn ein Angreifer eine Webstelle irgendwo hindroppt und darüber was ausführt. Also solche, so feingranulare Events wirst du in einem Syslog nicht finden. Du wirst auch Probleme haben, die in den Web-Server-Access-Logs irgendwie wieder zu erkennen, wenn du nicht ganz gezielt nach spezifischen Angriffen suchst. Aber wir wollen eigentlich möglichst generische Erkennungsmethoden haben, um die eigentlich die Angreifer dann auch nicht so sehr einfach drum herum kommen. Also, wie gesagt, Syslog ist zu wenig. Man kann auf einer viel niedrigeren Ebene, kann man protokollieren. Auf Windows-Seite gibt es da seit Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, das Sysmon, das von Sysinternals, das mittlerweile zu Microsoft gehört, seit vielen Jahren entwickelt worden ist, wo man so Aktionen erkennen kann, wie ein Prozess wurde gestartet mit diesen und jenen Parametern, Dateien wurden angelegt, Netzwerkverbindungen, ganz primitive Sachen. Das geht auf Linux im Prinzip auch, und zwar mit dem Audit-Subsystem. Das Audit-Subsystem funktioniert so, Administrator konfiguriert Regelsätze, was der Kernel denn alles über eine Login-Schnittstelle mitteilen soll, zum Beispiel eben Syscall-Events oder in Dateisystem-Operationen. Dateisystem-Operationen haben wegen dieses Paradigmas Everything is a File natürlich einen gewissen Charme. Also wenn ich bestimmte Konfigurationsdateien schreibe, dann kann ich zumindest diesen Open Call, der dazu führt, dass eine Datei schreibend geöffnet wird, den kann ich protokollieren lassen. Und wenn das irgendwelche speziellen, interessanten Konfigurationsdateien sind oder in den interessanten Faden liegen, da kann man halt schöne Regelsätze drauf bauen. So, dieser Regelsatz, der wird halt vom Administrator festgelegt, also was wird protokolliert. Der Kernel schreibt dann, wenn so ein Syscall ausgeführt wird oder eine Datei angefasst wird oder Dateien ausgeführt werden, schreibt da entsprechend Einträge, Audit-Einträge, und die werden über einen dedizierten User-Space-Demon-Audit-D entgegengenommen. Der Audit-Einträge liest das, führt gegebenenfalls eine einfache Übersetzung durch. Man muss dazu sagen, das meiste, was aus dem Kernel kommt, ist schon ein textbasiertes Protokoll. Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen, weil da liegen so ein bisschen die Schmerzen auch. Aber der Audit-Einträge liest es halt, schreibt es in den Log-File, rotiert es, und dann gibt es dann auch eine Möglichkeit, eigene Programme einzuhängen, die diese Events auch erhalten. Wenn man das entsprechend konfiguriert, dann können auch User-IDs, SOC-Address-Strukturen, ja Group-IDs steht hier auch, die Syscalls, die kommen eigentlich auch nur als Nummern, weil der Kernel intern natürlich nur mit Zahlen operiert, auch wenn das dann als Text formatiert hat. Intern sind es nur Zahlen, und auch User-IDs sind für den Kernel halt nur Zahlen. Also wenn mein User Hilko, der ist auf meiner Workstation hier, ist es dann die Nummer 1000, und der Kernel, der weiß von dem Namen nichts. Das muss man dann also übersetzen lassen. Also das bietet der Audit hier auch schon an. Und schließlich können bestimmte User-Space-Programme, also sie können dieses Audit-System für eigenes Logging mitverwenden, dann Sudo-Login-Programm und User-Ad und viele andere mehr tun das, um so einfache Aktionen mit zu protokollieren. Das geht dann einmal durch den Kernel, landet dann auch im Audit, und wurde auf dem Weg noch angereichert durch eine User-ID. Aber das sind alles Details, das sehen wir vielleicht im Beispiel gleich nochmal ein bisschen. Es sind halt nicht nur Schmerzen, auch wenn ich anfangs über Schmerzen gesprochen habe, oder es eben darum geht, Schmerzen zu vermeiden. Also das System an sich ist gut, oder es ist ziemlich brauchbar. Das Gute daran, oder das erste Gute daran ist, dass es einfach vorhanden ist. Auf Linux-Systemen seit 15 Jahren oder länger ist es einfach verfügbar. Es ist irgendwann mal in den 2000ern bei Red Hat entwickelt worden und in jeder Distribution dann irgendwann mit aufgenommen worden. Die eigentliche Informationsquelle, bis auf dieses User-Space-Logging, ist der Kernel. Also wenn man dem Kernel vertraut, dann kann man davon ausgehen, dass die Informationen, die da wegprotokolliert worden sind, ja, integer sind und das da nicht irgendwie mit rumgefrohrt worden ist. Der Informationsgehalt, würde ich sagen, ist grob vergleichbar mit Sysmon für Windows. Es gibt mittlerweile auch einen Sysmon für Linux, aber das ist Feature-mäßig, es ist längst nicht so weit wie das Windows-Bendant. Ich glaube, es ist eher so ein Checklisten-Produkt gewesen oder Checklisten-Projekt. Diese Regelsätze, mit denen man Audit-D konfiguriert oder eigentlich konfiguriert man den Kernel, was er eben zu protokollieren hat, die sind ganz gut verstanden. Hier habe ich ein paar Anregungen angegeben, was man sich angucken kann. Was ganz interessant ist, sind diese Vorgaben oder Richtlinien vom Center for Internet Security, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was man tut, um ein Linux-System zu härten, sind die gar nicht verkehrt. Es gibt ganz gute Unterstützung dann noch für lokale Analyse- und Reporting-Werkzeuge. Aber es sind eben lokale Analyse- und Reporting-Werkzeuge. Das Ortrace ist so ein bisschen ein Pendant zu S-Trace, das eben dieses Audit-Subsystem mitverwendet, um zu protokollieren, was einzelne Prozesse nicht tun. Und es braucht halt keine Debug-Schnittstelle dafür. Aber jetzt kommen wir zu den Schmerzen. Ich hatte schon angedeutet, das Format, das Log-Format, das aus dem Kernel fällt, das ist textbasiert und es ist ein bisschen irregulär. Also es ist auf gar keinen Fall dazu geeignet, dass man das irgendwie von einem Menschen vorwirft. Zum Teil sind so Binärdaten, kommen wir gleich nochmal drauf. Die werden einfach dann hexkodiert und da ist halt von diesem Vorteil von textbasiertem Logging nichts mehr da. Und da das ja so Teil der Kernel-User-Schnittstelle ist, kann man da auch nichts mehr dran ändern praktischerweise. Man könnte das Ganze neu bauen, irgendwelche Custom-Formate sich ausdenken, die dann schließlich als Binärdaten aus dem Kernel kommen. Aber das würde halt große Änderungen bedeuten und ich glaube nicht, dass das jetzt jemand tun wird. Für diese Events, diese Events können halt unterschiedliche Aspekte haben und die muss man dann zusammenfassen. Also es steht vorne immer eine Event-ID dran und so ein Syscall-Event mag irgendwie mit Faden hantieren oder ein Exec-Ve, ein Exec-Ve-Syscall, der hat dann noch eine extra Message dabei, wo drin steht, was für ein Programm denn eigentlich ausgeführt wird. Solche Dinge, die muss man zusammenfassen über die Event-ID. Aber wenn man das Ganze in einen Siem pumpt, dann wird es schlimm, weil die meisten modernen Siem-Systeme sind im Kern eigentlich Volltext-Duchmaschinen und sie sind nicht so besonders gut darin, so Join-Operationen, wie man sie von Datenbanken kennt, durchzuführen. Und man kann das zwar tun, aber es wird sehr schnell sehr langsam und man wird damit nicht glücklich. Und da gibt es ein paar Lösungsansätze dafür. Das hohe Format ist jedenfalls dann nicht so das Gelbe vom Ei. Datenmenge spielt sicherlich auch eine Rolle. Je nachdem, wie viel Münzen man bei Splunk eingeworfen hat, kann einem das aber relativ egal sein. Und diese Reporting-Werkzeuge, die ich gerade erwähnt hatte, die müssen halt lokal laufen. Für so einen Sieben-Betrieb sind die auch nicht geeignet. Kommen wir zum ersten Beispiel. Wir wollen uns melden lassen, wenn Konfigurationsdateien, die uns besonders wichtig sind, in diesem Fall halt die Konfiguration für Sudo, wenn da jemand was dran ändert. Also machen wir zwei Regeln. Einmal eine Regel dafür, dass das protokolliert wird, wenn die Datei etc-sudo-as selbst geändert wird. Und die zweite, wenn in etc-sudo-as-d in dem Verzeichnis irgendwo eine Datei geschrieben wird. Diese Protokollierung sieht dann so aus wie unten angegeben. Unten ist das ganze Event, was zu dem Open-Event gehört. Also der Angreifer hat jetzt ausgeführt, t-etc-sudo-as-d-backdoor, die komische Schreibweise mit den Umlauten ist Absicht. Denn da sehen wir schon, dass in dem zweiten Path-Eintrag der Name total verhackstückt wird. Also eigentlich ist er nicht verhackstückt worden, sind alle Informationen noch da, alles kein Problem. Aber richtig lesbar ist das halt nicht und richtig greppbar und automatisch in der Volltextsuche zu verarbeiten, ist das halt auch nicht. Da muss man also ein bisschen Post-Processing machen. Gehen wir mal auf die einzelnen Komponenten ein. Also das Tee können wir sehen, gleich mehrfach, das Programm Tee wird ausgeführt oder ist ausgeführt worden und taucht dann als Kontext in unserem Syscall-Event auf. In der ersten Zeile. Wir haben ein Event, wo wir das Current Working Directory dieses Aufrufs mitgeteilt bekommen. Das ist halt bei Aufrufen wie Open-Ad ist das wichtig. Und ist das hier ein Open-Ad? Ich glaube ja, ne? Ich sehe es gerade nicht. Ah, ich habe hier die Übersetzung nicht mit dabei. Sonst werde ich Slide noch unübersichtlicher geworden. Dieses Keyword Scope, das wir oben in den Regeln angegeben haben, das landet mit in dem ersten Eintrag zumindest. Wir können also einfach darauf matchen, auf das Keyword Scope, aber wie gesagt, dieser Pfadname, den müssen wir dann nachverarbeiten. Am Ende ist noch dieses Proctitle-Stück Daten. Das sind die ersten, ich glaube 128 Byte der Kommandozeile des gerade laufenden Programms. Also das ist das T, dann ein 0 Byte und dann das erste Argument in dem Fall. Was haben wir noch? Uns wird die Architektur mitgeteilt, die Syscall-Nummer, Audit, die wir uns entsprechend konfiguriert hätten, würde uns die Architektur in x86-64 übersetzen, den Syscall würde es uns, glaube ich, in Open-Add übersetzen. Dann gibt es noch Syscall-Argumente, A0 bis A3. Hier fällt auf, dass die Syscall-Argumente sind eben in Hex-Darstellung, da ist kein 0x davor. Also man kann das, man muss da schon ein bisschen Wissen mitbringen, um das richtig deuten zu können. Also ich könnte jetzt sagen, die Zahl 257, das ist mir gerade unwichtig, aber wenn die sowieso übersetzt wird, aber diese User-ID, die IU-ID, die ist dann halt wieder dezimal. Prozess-ID, Parent-Prozess-ID haben wir. In den Path-Teilen haben wir noch den File-Mode jeweils, der ist in Oktal. Also das ist ein schönes Durcheinander. Gibt es bisher Fragen? Gut, machen wir ein nächstes Beispiel. Angreifer ist auf dem System angekommen, ruft so eine Pearl-Reverse-Shell, so ein Einzeiler auf. Dann haben wir auch wieder so ein, dieses ganze Event, auch wieder so ein, in diesem Fall ist es ein Exec-Event. Pearl wird aufgerufen mit so einer langen Kommando-Zeile. Das hier umgebrochen ist, liegt an daran, dass der Monitor zu schmal ist. Aber es ist eigentlich, ja, so ein klassischer Pearl-Einzeiler halt. Wir haben da oben die IP-Adresse, zu der er hin connecten will, ein Port. am Ende, wenn das gut gegangen ist, würde er halt eine Shell aufrufen, bin sh und davon sehen wir fast nichts wieder. Also das Pearl sehen wir wieder, das Minus-E sehen wir noch, aber der Rest ist halt auch wieder hexadezimal kodiert, weil, also da reicht dann auch schon ein Zeichen, dass das irgendwie eine besondere Bedeutung hätte, in dieser Syntax-Vorstellung normale Strings, die gut darstellbar sind oder die, ja, die ohne Umkolierung darstellbar sind, die kriegen halt so Quote-Zeichen drumherum. Wenn der String selber ein Quote-Zeichen enthält, dann wird das nicht etwa escaped, sondern das ganze Ding wird einfach durch Hexencoding gejagt. Das macht natürlich die Datenmenge auch nochmal größer. Ich habe hier dann mal auch farblich markiert, was da die IP-Adresse, der Port ist und am Ende natürlich auch das BIN-SH. Das ist im Prinzip das, was uns als Verteidiger interessieren würde, um diese Reverse-Shells zu erkennen. Na klar, kann man jetzt sagen, Angreifer kann sich dagegen natürlich schön wappnen, indem er dann in der Kommandozeile noch irgendwelches Ad-Hoc-Encoding, Decoding macht, irgendwie Obfuscation. Aber für diese Unafuscated-Geschichten haben wir hier schon ungünstige Grundvoraussetzungen. Dann gibt es da noch diesen blauen Teil, iNet-A2N. Der steht da am Ende. Also da sieht man eben, dass dieses Proc-Title, das ist wohl das, was man auch in der Ausgabe von PS sehen würde, das ist halt am Ende abgeschnitten. Das sind eben nur so und so viel BIN. Wie gesagt, ich glaube, es waren 128. Das ist also auch so optimal. Drittes Beispiel, da war das dann noch das letzte Beispiel. Anfang letzten Jahres gab es mal so eine Sudoschwachstelle, von der viele, die sich für Linux interessiert haben, von euch sicherlich gehört haben. Ein Logikfehler, den man letztlich mit einem Buffer-Overflow verbinden konnte. Und gefunden wurde da bei Qualis Labs und die hatten dann so eine einfache Prüfung veröffentlicht, die, glaube ich, auch in dem Schwachstellenscanner von Qualis eine Zeit lang verwendet wurde. Ist halt ein bisschen unschön. Man ruft sudo edit minus s, backslash und dann einen langen String auf. Also das Perl steht in Backquotes. Wir kriegen da 64 KB einfach große Ars. Und das Schöne ist bei dieser Audit-D-Ausgabe, dass die ganzen 64 KB tatsächlich auch gelockt werden können. Also wie sinnvoll das dann im Einzelnen ist, ist so ein bisschen, sei mal dahingestellt, aber uns gehen da erstmal keine Daten verloren. Wie sie dargestellt werden, ist halt großer Mist. Auch hier habe ich es wieder farblich markiert. Wir sehen da hier das Sudo-Edit, die Kommandozeilen-Argumente. Minus s und backslash. Und ja, es gibt für dieses aufgespaltene Längenfeld, es sind eben mehrere Events, die man dann über diese Event-ID zusammen korrelieren müsste. Für das lange Event gibt es dann halt netterweise noch eine Längenangabe. Wir wissen also, wie viele von diesen Zeilen wir erwarten können, wenn wir das parsen wollen. Und ja, da eben alles hexagonal dezimalkodiert ist, obwohl es für sich als Tile-String wäre, das alles in normalen Strings darstellbar ist, es wird halt trotzdem alles verhext. Wir haben dann mit Kollegen uns im letzten Jahr irgendwann angefangen, nach Alternativen umzusehen, weil wir eben diesen Schmerz gespürt haben. Und es gibt ein paar Alternativen, die man statt Audit-D nehmen kann. Von Elastic gibt es dieses Audit-Beat in Go geschrieben. Im Prinzip machen die schon keine komplett falschen Sachen. Sie fassen diese ganzen Event-Fragmente zusammen anhand der Event-ID, packen das in einen JSON und loggen das. Ist dann gut konsumierbar für Elasticsearch. Und im Prinzip kann man damit arbeiten, wir jedoch nicht. Denn wir haben mal ein bisschen experimentiert, wie das auf Systemen ist, die die hohe Last haben und wo Anwendungen drauflaufen, die aus riesigen Shell-Skripten irgendwelche Batch-Verarbeitung für Logistik-Gedöns machen. Bei irgendwie mehr als 100.000 Execs pro Sekunde, weil es eben alles Shell ist, wirst du da nicht glücklich. Audit-Beat schied einfach deswegen aus. Nicht alle unsere Systeme sind von dieser Eigenart, aber die wollen wir schon auch monitoren. Und wenn das nicht geht, dann geht das eben nicht. Go-Audit ist von Slack. Auf den ersten Blick ein ähnlicher Ansatz. Es macht auch eine JSON-Codierung der Events, fasst da die einzelnen Aspekte zusammen. Aber diese Aufbereitung, die man von Audit-D, von User-IDs in Namen und so weiter, das wird überhaupt nicht gemacht. Und auch dieses Zusammenfassen aus diesem Beispiel, das würde bei Go-Audit gar nicht passieren. Also keine Umcodierung, nichts. Also geht in die richtige Richtung. ist aber eben nur halbherzig. Die beiden Projekte haben ein wichtiges anderes Problem. Sie sind nicht koexistenzfähig mit Audit-D. Also es kann da nur einen Prozess geben, der diese Audit-Events abnimmt. Und wir erwähnten zu dem Zeitpunkt auf manchen Systemen als EDR Defender ATP für Linux einzusetzen. Und Defender ATP für Linux verwendet Audit-D als eine Eventquelle. Oder dieses Audit-Subsystem als eine Eventquelle. Das wäre daran gescheitert. Und wir wollten uns nicht darauf festnageln. Also wir wollten uns diesen möglichen Weg nicht verbauen. Es ist letztlich anders gekommen. Defender ATP verwenden wir nicht. Aber ich will hier keine Rants über EDR-Produkte vom Zaun brechen. Das vielleicht nachher bei einem Bier oder einem Chunk. Oder in einem anderen Talk irgendwann mal. Ich hatte anfangs auf diese Plugin-Schnittstelle hingewiesen. Das ist so dieses Dispatcher-Plugin. Über diese Plugin-Schnittstelle kann man eben eigene Programme starten lassen, die die gleichen Events bekommen, wie Audit-D sie in die Log-Files schreibt. Und da kann man dann im Prinzip tun, was man will. Und umkodieren, wie man will. Und da gibt es auch einige Projekte, die das versuchen. Sogar mit JSON als einem Zielformat. Aber alles das, was ich gefunden habe, war entweder seit Jahren nicht gepflegt oder in der Skriptsprache geschrieben. Und ja, wenn das Audit-Beat, das in Go geschrieben ist, schon an Performance-Problemen zusammenbricht, dann will ich da erst recht kein Perl oder Python haben. C oder C++ macht Respekt, weil es wäre halt schon schlecht, wenn gerade das CERT dafür verantwortlich gemacht würde, irgendwelche Sicherheitslücken in die große Infrastruktur gerissen zu haben und man darüber dann geholt wird. Wollten wir auch nicht so gern. Und OS-Query haben wir uns angeguckt. Stellte sich auch schnell raus, das kann nicht mit Audit-D core existieren und hat eigentlich einen ganz anderen Ansatz. Aber wir haben es mal ausprobiert. Die Audit-Logs sind für OS-Query halt nur eine Event-Quelle und man fragt dann mit SQL-Syntax seine Flotte ab, wo gibt es denn den Prozess namens XY. Also sowas kann man damit machen. Und eine Event-Quelle ist dafür eben Audit. Aber so einen kontinuierlichen Datenstrom zu erzeugen, den man zentral in einem SIEM verarbeitet, das geht nicht. Schließlich kam noch, also das war nach, ich muss dazu sagen, das war nach unserer Evaluation und unseren weiteren Entscheidungen. Sysmon für Linux kam dann irgendwann raus, verwendet EPPF-Probes, schreibt das gleiche wunderschöne XML-Format, das auch die Windows-Variante schreibt. War zumindest, als es erschien, unglaublich unperformant. Das hat sich danach dann geändert. Aber so die Informationslage, die aus dem Sysmon für Linux rausfällt, ist auch nicht so toll. Wenn man jetzt tolles Tooling hat, das mit Windows schon gut kann und das Windows gut eingestellt ist und einfach das Gleiche ohne nachzudenken für Linux mitverwenden will, mag das was sein. So, dann dachten wir uns, warum nicht selber schreiben? Es ist ja eigentlich nicht viel zu tun. Man verwendet diese Dispatcher-Schnittstelle, liest von StandardIn die Events-Pars, die eben kurz, fasst sie nach Event-ID zusammen, formatiert ein bisschen was um, also vor allen Dingen diese hexkodierten Strings und die Zusammenfassung von langen Exec-VEs und gibt das so als JSON-Format raus. Also im Prinzip so eine ähnliche Idee auf der Ausgabeseite, wie das was AuditBeat auch macht. Und dann haben wir mal Prototypen gebaut. Mit Go wurde ich schnell unglücklich. Ich wäre gerne dabei geblieben, aber es stellte sich halt raus, dass der bei hoher Last der Garbage-Collector einem in die Suppe spuckt. und man kam halt schnell an einen Punkt, wo der Code, was man so an der Logik geschrieben hatte, um es dann performant zu bekommen, das Resultat war dann nicht mehr wartbar. Ich bin auf einigermaßen akzeptable Zahlen dann gekommen, aber damit wollte man dann nicht weiterarbeiten. Zweiter Prototyp war ein Rust. Parser-Generator musste ein anderer sein, weil Regal-State-Machine-Compiler kein Rust-Backend hatte, aber ich habe eine Alternative gefunden auf Rust-Makro-Basis, zumindest für den Prototypen, dass ich da so die Grammatik, die ich mir ausgedacht hatte, für dieses irreguläre Format weitestgehend weiterverwenden konnte. Performance war aus dem Stand besser als das, was ich mit Go irgendwie in drei, vier Wochen Profiling erreicht hatte. Liegt vor allen Dingen daran, dass keine Zeit mehr im Garbage-Collector verbracht wurde und dieser JSON-Encoder, der quasi Standard, den man bei Rust verwendet, nämlich Seride, der hat da gute Arbeit geleistet. Da war ich sehr zufrieden mit und bin es auch immer noch. Also die beiden Prototypen haben wir dann weggeworfen, aber dann irgendwann was produktiv, produktionsreifes entwickelt. Das Ding heißt Laurel, tut das, was ich jetzt schon dreimal erzählt habe, also das Parsen, Codieren nach JSON. Dort, wo nötig oder sinnvoll, werden dann noch Informationen aus dem Proc-Datei-System dazugeholt. Ich kann Umgebungsvariablen loggen, also die würden dann in dem Fall aus dem Proc-Datei-System kommen, um zum Beispiel so diese LD-Preload-Angriffe zu erkennen. Least-Privilege-Prinzip, dazu hatte ich noch gar nichts gesagt. Also der Order-D läuft als Root und die Plugins, die von Order-D nachgestartet werden auch, aber das lassen wir dann nach der Setup-Phase bleiben. Wir laufen als unprivilegierter User weiter und behalten nur die Rechte bei, die wir eben zum Lesen des Proc-Datei-Systems brauchen. Ein operationelles Problem, das wir mit Order-D hatten, war den Admins beizubringen, dass sie den Order-D so konfigurieren müssen, dass unser Splunk Universal Forwarder das Resultat dann auch lesen kann. Ihr glaubt nicht, wie viel Rennerei man damit haben kann. Und vor allen Dingen, dass dann irgendwie fernzudebuggen, wenn man sich diese Arbeit sparen kann, dann spart man sich die und dadurch, dass wir von vornherein brauchbare Permissions setzen, ist das Problem eigentlich gegessen. Diese Zahlenwerte, die ich vorhin angerissen hatte, also Hexadezimal, Oktadezimal, das wird klar ausgezeichnet mit den entsprechenden Präfixes 0x0o, die man so kennt. Zahlenwerte sind dann da auch tatsächlich JSON-Zahlen, Floats kommen nicht vor, insofern ist das alles kein Problem. Das Ganze ist unter der GPL3-Lizenz veröffentlicht. Resultat kann dann so aussehen, also hier haben wir wieder unseren schönen Perl-Einzeiler und man kann hier erkennen in dem Exec4-E-Teil, dass wir da eben die IP-Adresse, insbesondere die IP-Adresse, insbesondere den Port und eben das BNSH am Ende klarleserlich dargestellt bekommt. Also klarleserlich, wenn man jetzt mal von JSON-String-Codierung absieht, das ist aber auf jeden Fall etwas, was man im 7.0 direkt weiterverarbeiten kann, ohne da irgendwelche Umcodierungen machen zu müssen. Was kann man noch erwähnen? Ja gut, es hängt eben alles an, es ist eben alles ein Dokument, es wird alles auf einer Zeile ausgegeben, ich habe das jetzt hier nur umgebrochen, damit das gut auf die Slide passt. Oben eben diese Message-ID. Und alles andere ist, so würde ich mittlerweile denken, aber vielleicht bin ich da auch betriebsblind geworden, selbst erklärend. Gibt es dazu Fragen? Nicht, okay. Dann noch ein bisschen was zu Performance. Einige dieser Messungen, die hier zu sehen sind, hatten wir in dieser Prototypenphase schon gemacht oder vor der Prototypenphase. Man sieht eben ganz deutlich, diese gelbe Linie, Audit Beat war, weil es eben vor Sysmon für Linux rauskam, war damals wirklich der schlechteste Kandidat. Mittlerweile ist Sysmon für Linux, nachdem da jemand Performance gefunden hatte, steht es etwas besser da als Audit Beat. Wir haben hier eine grüne und eine blaue Linie, das ist einmal Audit D ohne diese Übersetzung von User-IDs in Namen und so weiter und Audit D mit dieser Übersetzung, dieses enriched Format, die braucht halt ein bisschen mehr CPU, umsonst ist das halt nicht zu haben. Go-Audit irgendwo dazwischen, sieht also gar nicht so schlecht aus, aber Go-Audit macht halt überhaupt keine Übersetzung. Audit D plus Laurel in einer früheren Version, wir sind mittlerweile ein bisschen weiter, sieht da gar nicht so schlecht aus. Also das vielleicht ist auch noch Performance zu finden. Müssen wir mal gucken. Gemessen ist das alles auf einer AWS EC2 T2.small Instanz. Also das waren wirklich vergleichbare Verhältnisse und was ich eben gemacht hatte, um die Last zu generieren, war so schnell wie es ging oder eigentlich eher so schnell wie es gewünscht war, so ein Binshow zu starten. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. 60.000 Mal die Minute und dann eben die Counter für CPU, User, CPU System, vorher, nachher zu vergleichen. Also kein großes Hexenwerk eigentlich. Man sieht da nach rechts hin auch die Linien so ein bisschen abknicken. Also bei Audit Biet halt viel, viel früher. Da war einfach alles an CPU-Zeit auf der Instanz schon ausgelastet und man kann auch davon ausgehen, dass an der Stelle dann schon Events verloren gegangen sind. Aber wie gesagt, diese 1.000 Execs pro Sekunde ist wirklich etwas, was wir auf einigen der von uns zu überwachenden Systeme sehen und deswegen muss so eine Nachverarbeitung von Audit Events da eben auch mithalten können. Das war uns sehr wichtig. So, dann kommen wir so langsam zum Schluss. Ich habe irgendwann nochmal eigene Übersetzung von SysCalls, also dieses Enriched Feature in Text implementiert innerhalb von Laurel. Das brachte ein bisschen Performance. Was auch ein bisschen Performance brachte, war Austausch des Parsers oder des Parser-Generators. Das sind Detailfragen. Wir haben irgendwann noch ein Rekord dazu getan, Parent-Info, dass man mehr als nur die Parent-Prozess-ID geloggt bekommt, auch den Namen und sind dann noch am Denken, ob wir noch mehr dazu tun, vielleicht die User-ID oder so. Mittlerweile ist auch etwas implementiert, um ganze Bäume von Prozessen zu markieren, wenn ich also zum Beispiel mein Paketmanagement ausführe, Abt oder Jam oder die Package, RPM, was auch immer, dann kann ich ja davon ausgehen, dass alle Kind-Prozesse davon auch diesem Prozess mit zugeschrieben werden können. Also packe ich einfach an den Eltern-Prozessen-Label dran und vererbe dieses Label an die Kind-Prozesse. Das wäre alles schön einfach, wenn es eben so einfach wäre, dank irgendwelcher modernen Hipster-Paketmanagement-Systeme wie Snap, die dann keine stabilen Pfade mehr haben, muss man da dann mittlerweile mit regulären Ausdrücken arbeiten. Das geht natürlich nicht im Kernel, sondern das wird dann in der Nachverarbeitung durch Laurel gemacht. Aber im Prinzip ist da das Gleiche. Wenn ein Prozess matcht, dann kriegt er halt so ein Label verpasst in dem internen Bookkeeping von Laurel und die Kind-Prozesse erben das auch. Was wir gelernt haben, ist, dass dieses Audit-Text-Format hat einen Haufen komische Corner-Cases, die ich jetzt oben nicht angesprochen hatte, die halt irgendwie Sonderbehandlung brauchten. Ich glaube, mittlerweile laufen wir da nicht mehr in Parsing-Probleme. Was auch nötig war, war eben Unterstützung von SE-Linux-Policies. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen, wie manche Vendoren und sagen, ja, macht das SE-Linux einfach aus oder auf Non-Enforcing. Aber das war halt auch eben nicht unser Anspruch für dieses Audit-D-Plug-In. Musste halt auch entsprechende Policy geschrieben werden. Und das ist leider auch im Jahr 2022 immer noch fehlerträchtiger und problematischer, als man das eigentlich haben möchte. So, ich glaube, das ist dann genau. Ausblick gibt es noch und dann gibt es noch ein Fazit-Slide. Ein paar Ideen, die im Kopf herumschwirren, was man so machen könnte noch. Was noch fehlt, weil Audit-D das, also das Linux Audit-Subsystem das selbst nicht zur Verfügung stellt. Das sind eben so Container-Runtime-Kontexte, weil dieses Konzept von Container-Runtimes halt kein kohärentes Kernel-Konzept ist. Kann man da auch wenig gegen sagen, aber da wäre es halt auch schön, wenn man da irgendwie Labels draus machen könnte oder sonst irgendwas annotieren könnte. Das steht auf jeden Fall, ich will nicht sagen auf einer Roadmap, weil Roadmap wäre ein Versprechen, aber da denken wir drüber nach. Man könnte noch mehr an Übersetzungen machen, also die Flex, die einem OpenSyscall übergeben werden, die könnte man in Text übersetzen, sodass der Analyst, der in seinen Sieben-Start, das nicht nachschlagen muss. Das wäre halt noch eine Idee. Ja, filtern von Events, um einfach die Datenmenge kleiner zu kriegen, da bin ich noch ganz am Anfang drüber nachzudenken. Was wirklich gut wäre, wäre so, also ein tolles Feature in Sysmon ist eben, dass jeder Prozess und auch jeder Thread, nee, nicht jeder Thread, aber jeder Prozess kriegt so eine GUI-ID, die, wenn es denn wahr ist, über die ganze Flotte unique ist. Und das ist halt so ein 128-Bit-Wert in der Textdarstellung, nach der man gut in seiner Volltext-Soup-Maschine suchen kann. Und das ist halt, das ist halt super praktisch. Das werde ich wahrscheinlich recht bald implementieren. Datei-Hashes zu berechnen, ist wahrscheinlich auf Linux-Systemen viel, viel weniger sinnvoll, als auf Windows-Systemen. Und momentan haben wir halt was gebaut, was in ein Log-File schreibt, das dann in unserem Fall vom Splunk-Forwarder ausgelesen und dann weiter verschifft werden kann. Da wäre auch denkbar, es hat schon Leute gegeben, die da irgendwie gerne alternative Backends für gehabt hätten. Wenn da jemand sich berufen fühlt, Pull-Request zu stellen, ich gucke mir das gerne an. So, inhaltlich haben wir eine tolle Basis, zumindest eine brauchbare Basis. Also es könnte immer besser sein, aber es ist nicht so schlimm, wie geschrumpfen wird. Und das Audit, dieses Audits-Subsystem. Aber das Ausgabeformat ist halt, ist halt so eine Fehlentscheidung aus den 2000ern und die kann man nicht mehr rückgängig machen und diese Schwachstelle beheben wir. Und wir haben jetzt mit dem, was wir gebaut haben, eine Plattform, auf der wir vielleicht auch noch weitere Anreichungen dazu tun können. Der Appetit kommt immer mit dem Essen und so bin ich guter Hoffnung, dass da die Features, die jetzt implementiert sind, vielleicht über neue Detection-Use-Cases auch wieder zu neuen Ideen, die man da implementieren können, führen. So, damit bin ich am Ende angelangt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für das Interesse. Und ja, wenn noch Fragen sind, habt ihr jetzt die Gelegenheit. Vielen Dank auch. Wenn ihr Fragen habt, so wie ihr das gerade schon vorgemacht habt, Hand heben. Ich komme mit dem Mikro zu euch, dann kann jeder die Frage gut hören. Ich habe es vorhin rausgehört, die Anwendungsentwicklung ist nicht ganz unbeteiligt in der Flut von Informationen, nachdem wie sie die Architektur baut. Siehst du da einen großen Hebel, die dazu zu bringen, leichter, security-technisch wartbare Systeme zu bauen? Es sind halt viele Teams, mit denen man sprechen muss. Und wenn jetzt die Entwicklung irgendwie schon seit 15 Jahren so geht, dass man irgendwelche Shell-Skripte mit einem schönen YOLO-Engineering vor sich hin laufen lässt und wenn die Performance nicht stimmt, die Antwort einfach ist, ja gut, dann stellen wir halt noch eine Box daneben. Dann sehe ich da wenig Einflussmöglichkeit von unserer Seite, dass wir da, also das Einzige, was letztlich, was diese Teams tatsächlich motivieren kann, sind irgendwie Kostenersparnisse. Und diese Kostenersparnisse, die müssen ja auch herbei argumentiert werden. Also da muss man jemanden genau hingeguckt haben, hier wäre dieses oder jenes Potenzial, so und so viele Maschinen zu sparen. Wenn ihr es so und so macht, dann werdet ihr nachts weniger oft rausgeklingelt. Über solche Hebel kannst du sie natürlich kriegen, aber rein über die Möglichkeit des Security-Monitoring, ja gut, man könnte sagen, wir können eure Systeme nicht monitoren, mach mal Risikoübernahme. Das geht natürlich auch, aber... Wie wird das Ganze konfiguriert? Wie wird das Ganze konfiguriert? Mal gucken, ob ich hier ein Netz habe. Ne, das zeige ich jetzt nicht. Das kann ich dir im Nachgang zeigen. Im Wesentlichen ist es eine Konfigurationsdatei für Audit.de hinlegen, dass eben dieses Plugin gestartet wird. Das Plugin selbst braucht eine, also das Programm Laurel braucht selbst eine Konfigurationsdatei und das Programm muss installieren. Das ist dann schon alles. Dankeschön. Weitere Fragen? Jawohl, ich komme nach hinten. So, keine Frage, sondern eigentlich eine Anmerkung. Wir in der Firma haben das, weil wir kein zusätzliches Tool installieren wollten, so gelöst, dass wir ein R-Syslog genommen haben, weil wir die Daten eh damit fortschieben und dann ein Start-Message-Rac-Ex eingebaut haben. Das heißt, dass wir bestimmte Audit-Keys zusammenfassen und dann innerhalb einer Zeile dann halt wegschicken. Es ist zwar nicht so schön, wenn man das Backslash-N mit dabei hat aus dem Template in R-Syslog, aber es funktioniert schlussendlich auch. Löst R-Syslog für dich das Hexia-Dezimal-Codierungsproblem? Ne, das leider nicht. Da haben wir bisher noch keine wirkliche Lösung gefunden. Also ich habe mit einem Kollegen jetzt letzte Woche noch drüber geschaut. Es gibt auf dem Linux-System selbst sehr wenige Implementierungen, die das machen können bisher. Wer hat noch keine Frage gestellt und will noch gerne eine stellen? Ja, dann würde ich sagen, falls es noch weitergehende Sachen gibt oder ihr Konfigurationsdateien sehen wollt, wendet euch danach direkt an Hilko. Ansonsten vielen Dank für deinen Talk zu später Stunde und die zahlreiche Teilnahme. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir ihn mit einem großartigen Applaus und es hat allen auch noch viel Spaß auf der GTM. Vielen Dank.